Wir veranstalten am Donnerstag den 21.05. um 15 Uhr ein kleines Rocket League Turnier. Es ist ein 3 gegen 3 Turnier, also schnappt euch Freunde oder Leute aus unserem Discord Server und bildet gemeinsam Gruppen, mit denen ihr teilnehmt. Die Gruppen sind ganz wichtig, denn um euch registrieren zu können, müsst ihr gemeinsam eine Party bilden in Rocket League und dann muss der Teamleiter unter Spielen Turniere einem privaten Spiel beitreten. Dann müsst ihr nur noch Name, RL mit Noobs und Passwort SLABO eingeben und könnt mit uns gemeinsam das Turnier bestreiten und vielleicht live dabei sein. Im Anschluss auf Anmelden und ab geht's.